Segas Chromehounds entführt euch in eine Welt, in der der Dritte Weltkrieg bereits stattgefunden hat. Im Zuge dieses Konfliktes wurden neuartige Waffen entwickelt, eine davon seht ihr gerade über den Bildschirmrollern. Diese Kampfmaschinen hören auf den Namen Hounds. Der Einzelspielermodus von Chromehounds besteht aus sechs verschiedenen Geschichten, in denen ihr jeweils einen der sechs Hound-Typen kennenlernt. Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, ist Chromehounds kein sehr schnelles Spiel. Im Gegensatz zu vergleichbaren Titeln, wie zum Beispiel Mag Assault 2, kommt es nicht auf schnelles Zuschlagen, sondern bedächtiges Vorgehen an. Jeder Hound hat dabei seine eigenen Stärken und Schwächen. Diese Kampfmaschine hier ist ein echter Allrounder und wird für Aufklärungs- und Vernichtungsaufgaben herangezogen. Andere Hound-Klassen werden als Artilleriegeschütze, Verteidiger oder Kommandoposten eingesetzt. Jetzt sind wir mit einem sogenannten Verteidiger unterwegs. Die Maschinen haben fette Waffen und eine dicke Panzerung, sind aber aufgrund ihrer Geschwindigkeit leider nur für Verteidigungseinsätze geeignet. Das Missionsdesign von Chromehounds deckt sämtliche Genre-Standards ab. Mal verteidigt ihr euren Stützpunkt, versucht gegnerische Truppen aufzuspüren oder räuchert feindliche Hauptquartiere aus. Jeder Hound ist mit drei Waffensystemen ausgestattet. Um zu zielen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr verlasst euch auf den kleinen Zielbildschirm in der Bildschirmecke oben rechts oder ihr schaltet in die Zielansicht, so wie ich es gerade gemacht habe, und erhöht so eure Trefferchancen. Gegnerische Kräfte lassen sich entweder mit einem gezielten Schuss ins Cockpit lahmlegen oder auf althergebrachte Art und Weise knacken. Bei Chromehounds spielt Taktik eine große Rolle. Nur wer sich vorsichtig an Gegner heranpirscht und aus der Deckung heraus zuschlägt, hat eine Chance. Ebenfalls wichtig sind die Kommunikationswege im Spiel. Auf den Maps stehen überall Türme herum, mit denen ihr die Reichweite eures Radars und die Kommunikationsmöglichkeiten verbessern könnt. Ich zeige euch das mal mit eingeblendeter Karte. Dummerweise hat die Karte einen Nachteil. Wenn ihr das Teil aufruft und dann auch noch ein Funkspruch auftaucht, seht ihr vom eigentlichen Spiel so gut wie gar nichts mehr. So, achtet mal auf die Karte. Jetzt, wo der Turm gleich erobert ist, vergrößert sich mein Kommunikationsadius. Habt ihr es gesehen? Die Kommunikationstürme sind besonders dann wichtig, wenn ihr später im Spiel den Job des Kommandanten übernehmt und euren Truppen mit einfachen Menüs Kampfbefehle erteilt. Für gemeisterte Missionen bekommt ihr Zusatzteile, mit denen ihr euch einen eigenen Hound zusammenbasteln könnt, was besonders dem vielversprechenden Online-Modus zugutekommt, den wir leider vor Redaktionsschluss nicht mehr testen konnten. Technisch gibt sich Chromehounds solide, wobei die gut animierten Kampfmaschinen in grafischer Hinsicht ganz klar das Highlight des Spiels darstellen. Ansonsten wird optisch leider nicht allzu viel geboten. Ein paar nette Explosionen hier, ein paar Standardstädte dort, das war's dann im Großen und Ganzen aber auch schon. Obwohl es eher unspektakulär aussieht, hat mir Chromehounds durchaus gefallen. Denn die Hounds sind eben keine Science-Fiction-Wunderwaffen, sondern Weiterentwicklungen konventioneller Waffensysteme und wollen auch als solche eingesetzt werden. Wer sich also mit dem behäbigen Spielverlauf anfreunden kann und gern an seinen Fahrzeugen herumschraubt, macht mit Chromehounds sicherlich nichts verkehrt. Wer allerdings eine Bombasto-Action-Orgie erwartet, sollte lieber einen Bogen um Chromehounds machen.